Und das ist ein Sand-RP-Truppel wie so ein Luftschirm, das man einfach fliegen kann und immer so Skelette mit Fallschirmen spawnt, ne, und Abstand und alles abschiebt und sobald es zerstört wird einfach so eine Skelett-Armee rauskommt, ne? Willst du dich noch mal weiter auswählen? Wir spawnen alle beim Haupttor... Ash... Ash Ketchum! Alter, was hat die denn für geile Sprengladung dabei? Hatte ich noch mal den hier runter... Was passiert, wenn ich jetzt... Wie sag ich das? Scheiße... Wenn ich jetzt... White... Dings sage... Werden wir denn gesperrt? Wenn das jemand meldet, dann ja... Okay... Du weißt, dass das Softfish verboten ist? Ja... Ja... Kann ich auch richtig abpacken eigentlich so... Nämlich das einmal die ganze Zeit sage... Ja, wenn... Genau... Bann wenn willst, kannst du uns jetzt die ganze Zeit sagen... Puh... Hör auf den Zug, oder? Keine Ahnung... Da steht irgendwas im Chat... Aber ich lese es so weit weg... Ich kann das nicht lesen... Lässt du mal vor... Ganz unten... Gegner heilen... Du kannst auch den Gegner heilen damit... Ja, geht wirklich... Aha... Wahrscheinlich auf Block gezogen, wo ich vorher meinte... Es wäre dumm, wenn du was tun würdest... Wett ich mal... Ne? Ne? Ja... Man kann damit Gegner heilen... Steht da... Ja, meinte ich ja... Wird weggezogen... Wie dumm das denn... Wir haben ja... Irgendwie ergibt Sinn, dass es geht... Aber es ist einfach nur dumm, das zu tun... Ne? Hm... Guck mal, ich habe einen Bildertisch gefunden... Alter, wie verkehrt der denn ist... Weißt du, wir sind... Ey, wir sind jetzt hier... Die GSG-9 und FBI, die zusammenarbeiten... Und gehen jetzt in einen deutschen Club, ne? Ey, oh mein... Weißt du, was das für ein deutscher Club ist? Ne... Das ist ein deutscher Club-Club, das auch... Wenn ich sie finde, zeigst du sie hier... Na? Mhm... Es gibt hier eine Stricti-Stange in dem Club... Okay, es gibt auch Tod in diesem Club... Das war so ganz, dass man reich könnte... Und war am Tod... Ich wollte doch ganz in 20... Ich muss mal ins Club-Club geben... Ich muss mal ins Club-Club geben... Ich muss mal ins Club-Club geben... Ich weiß nicht, wer wohl der ist... Aber ich gebe es allen... Ne? Ich habe vergessen, wie brutal dieser Club-Club ist... Ne? Nein, da kriege ich ja Aggression, wenn ich das scheiß... den... so was sehe, ne? Ja... War das... Die an die durch das Club eliminiert hat... Meistens die... ähm... guten... Die, die ähm... Hier, sowas... Also meistens sie mit den... Ja, das ist schon gut... So, was ich jetzt beobachtet habe... Alle Gegner sind draußen, hab ich beobachtet... Was war das? Wollt ihr mir eine Pistole? Okay... Ein verbleibender Operator vom eigenen Club... Haben wir jetzt wohl die drei? Wollt ihr das, kriegt der 20 Euro? Ich weiß nicht mal, wer er ist... Nur mal... Das treibst du denn auf Xbox? Ja... Das ist 20 Euro von mir... Ich schick dir die Xbox-Guthaben-Karte im Wert von 20 Euro... Hat er noch nicht gekriegt... Ich wusste... Ich hab das gesagt, weil ich wusste, dass er was kriegt... Ja, das war aus zu rund, wahrscheinlich... Ja... Ja... Du bist schon bei der Fall Stufe 1, ne? Ja... Ja... Ja, die ist so krass... Die kriegt man auf Stufe 100... Kriegst du, wenn du Paces auf Stufe 1 oder für 100k auf? Ne? Äh... Wenn du nicht Paces auf Stufe 100? Nein... Wenn du nicht Paces, kriegst du sehen, ob für 100k an sind... Ach so... Kann ich den kaufen, aber der kostet mir halt 100k oder so... Was sollen wir in dem Bereich? Und so, du kannst jeden Operator mit Ansehen kaufen... Aber der Battle Pass ist halt der günstigere Weg... Hat Ash 4 Leben? Nein... Wo steht das? Ganz am Anfang... Hier... Da, in der Übersicht... Ist bewährte wie 4 Leben... Ash hat nicht viel... Ist genauso bei IQ, die hat auch nicht viel... Siehst du auch gleich... Der... Der da zum Beispiel für den Mann... Guck mal, wie Tanki der schon aussieht... Ne? Ja... Hey, man sieht sogar, welche Vision... Wir müssen eine Bombe aufspüren... So, jetzt lassen wir uns bitte nicht gleich auf einer Treppe erschossen werden... Wäre das eine Idee? Was? Dass wir nicht auf eine Treppe hochgehen und gleich erschossen werden... Ne? Ja... Was sagst du von der Idee? Weil ich will ja irgendwie einen Modus spielen... Wo ich nicht so ganz... Ruhig... Ähm... Aggressiv rein den Plan... Ja, oder? Aber nicht, ähm... Wenn ich sterbe... Ja, was ist da? Danke! Warte, jetzt kann ich es dir auch kurz zeigen... Hier... Die hat eine Gesundheit... Der hat aber zwei... Dreier Geschwindigkeit... Der fährst du übelst schnell... Ne? Drückt zur Bombe vor... Und entschärft sie... Guck mal, hier stehen meine Einsatzwagen... Hab ich alle hierher gefahren... Hm... Durchbruchsequenz aktiviert... Ey, der wird durchbrechen, hast du gehört? Hä? Wer schießt hier? Was soll das? Lauf damit! Ja, danke... Digga... Von der Tür da hinten... Guck ihn dir an! Guck ihn dir an! Von der Tür! Richtig, aber... Nur an so... Drohne aktiviert... Aber ich hab ähm... Einen von hinten gekrölt... Okay, das war Asami oder so wie die hieß... Ja... Ich glaub die Runde ist so eine gute Runde... Lass die nächste... Lass lieben und die nächste... Und die lag einfach... Auf nem... Ehm... Zwei... Da ist nur noch ein Gegner übrig... Wo steht das? Das steht normalerweise da unter... Aber der Spieltitel ist zu lang... Es sind aber zwei... Rund zwei... Weil du da zu guckst und irgendjemand anders guckt dir zu... Wie wir grad jemanden zu gucken... Der gerade versucht alleine zu überleben... Das ist stille einfach... Wenn aber nichts passiert... Ja, es passiert ja auch nichts... Wer guckt... Ob er einen Gegner findet... Den einen, der noch lebt... Ich glaub ist wirklich ein 101... Ja, ist es... Ne? Er wartet halt darauf, dass dieser eine Typ vorbeikommt... Aber was er vielleicht nicht bedenkt... Er sollte über ihn einen Schärfer platzieren... Den er dabei hat... Weil ansonsten ist in 30 Sekunden das Geld für uns vorbei... Aber da ist der... Was war das denn jetzt? Du hast nicht mal gesehen, wie er gestorben ist... Er war einfach tot... Hä? Einfach tot... Komplett durchgepackt... Gefühlt... Aber auch total... Durchgepackt... Einfach... Ich hätte noch ganz kurz gespielt... Durch den direkten Headshot gegeben... Verteidigen... Wie toll... Der deutsche Jäger ist weg... Annehme ich den Banditen... Wenn ich den deutschen Jäger schon nicht benutzen darf... Doc... Ja, ne, ne... Rock... Wer war das? Smoke... Ne... Mit diesen... Ja, genau... Genau, ja... Ja... Ja, Smoke... Ich mag dieses Teil, wo du... Was, was, was... So nimm... Äh... So nimm... Und dann so hoch ziehst... Das ist geil... Ne, sie hat sich auch zu zweit gerade aus dem Büro entlassen... Ja... One... Ja... Wurde einfach aus dem FBI-Boros geschmissen... Du ich für uns jetzt auch... Warum das eigentlich war nur nicht... Watson oder so... Keine Ahnung... Das sieht aus wie schon richtig typischer Watson... Das sieht halt aus wie so ein Typ von der Polizeistation... Der ne war, weil es im Büro ist... Dann einfach so rausgeschossen wurde... So, du hielst jetzt hier... Wir haben keine Wänder mehr... Du musst dich auch nicht... Wollen wir die Wände verstecken? Ich guck grad welche... Ja, ich guck grad welche... Ich versteck gerade... Ich muss jetzt wieder reinspielen... Ich hab' seit Wochen nicht mehr... Ich hab' seit Wochen nicht mehr... Ich bin... Was ist immer ich ja pump' die Sache, ne? Die Wand ist verstärkt! Ja, schrei noch lauter... Es bleiben noch 10 Sekunden... Ey... Guck mal, wir sind reich! Wir bleiben 5 Sekunden... Jo... Hier liegt der Mann... Das Geld auf dem Tisch... Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert... Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert... LB ist das da... LB ist das da... LB ist das da... Jetzt vercampt er sich einfach... Oh... Erstmals schlafen heute hier... Ich glaub wenn du an der Strip-Di-Dame abschleppst... Dann leist du einfach in diesem Bett hier... Das ist richtig... Das ist richtig... Er hat mich einfach gemessert... Ich hab' ihn nicht mal gehört... Er war einfach hinter mir... Der hat sich richtig... Der hat sich richtig... Der hat sich richtig doll im Rücken... Das Messer reingehauen... Das ist richtig doll... Er hat mir aber richtig gemessert... Sie sind so ein richtiger Hunger... Ja sowas will ich nicht hören... Ja... Sag dir richtig genau... Aber ich hab' mehr Punkte als du... Das ist mein Ziel gewesen... Du bist auch besser als du... Ich hab' sogar einen Kill... Komm diese 35 Punkte... Die bringst du dir jetzt auch ne...